Das fängt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 23. Mai und mein Name ist Imke Rabiga. Wir sprechen heute über die AfD, die sich aktuell, so scheint es, vor allem in Selbstsabotage übt. Im Zentrum der Skandale der letzten Wochen steht dabei der EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah. Erst ging es um einen Spionageverdacht für China, nun folgt die Diskussion über Krassäußerungen zur SS und ein Zerwürfnis mit der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Und das nur wenige Monate vor den wichtigen Ostwahlen und wenige Tage vor der Europawahl. Jetzt hat das für Krah Konsequenzen. Bei der Bundesvorstandssitzung am Mittwoch verkündete er seinen Rückzug aus dem AfD-Bundesvorstand. Auch Wahlkampfauftritte für die EU-Wahlen soll es keine weiteren geben. Er selbst ordnet seine Aussagen zwar als sachlich und differenziert ein, er wolle der AfD bei den Wahlen jedoch nicht weiter im Wege stehen. Was hinter den Kulissen bei der AfD passiert und warum das Debakel um Maximilian Krah keineswegs neu ist, darum geht es im Anschluss an die Meldungen des Tages. Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Norwegen, Irland und Spanien haben sich für die Anerkennung von Palästina als Staat ausgesprochen. Die Bundesregierung lehnt das weiter ab, ebenso wie die USA und Frankreich. Außenministerin Baerbock sagte, es brauche in der aktuellen Situation keine symbolische Anerkennung, sondern eine politische Lösung im Nahostkonflikt und die direkte Verhandlung beider Seiten. Israel zog als Reaktion auf die Ankündigung der drei Länder seine Botschafter aus Norwegen, Irland und Spanien ab. Schon am 4. Juli wählen die Briten ein neues Parlament. Den überraschend frühen Termin hat Premierminister Rishi Sunak jetzt angekündigt. In Großbritannien kann der Regierungschef den Wahltermin recht frei festlegen. Sunak hätte eigentlich bis Anfang nächsten Jahres Zeit gehabt. Wegen schlechter Umfrage und Kommunalwahlergebnisse steht seine konservative Partei aber unter Druck. Die Opposition hatte Sunak vorgeworfen, die Wahl deshalb hinaus zu zögern. Russland will die Grenzen in der Ostsee neu ziehen. Das geht aus einem Dokument des russischen Verteidigungsministeriums hervor. Demnach will sich Moskau finnische und litauische Seegebiete einverleiben. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt es, solche Abgrenzungen könnten nicht unilateral vorgenommen werden. Das Vorhaben passe aber in das Kommunikationsschema von Provokation und Verunsicherung. Marine Lüpens rechte Partei Rassam-le-Mont-National verkündete am Dienstag künftig nicht mehr mit der AfD im EU-Parlament arbeiten zu wollen. Bislang gehörten beide Parteien der Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie an. Sie begründete dies mit einem Interview von Maximilian Krah, in dem dieser bestritten hatte, dass es sich bei SS-Offizieren grundsätzlich um Verbrecher handelt. Die SS-Relativierung scheint jedoch nicht der alleinige Auslöser für den Bruch der Rassam-le-Mont-National mit der AfD zu sein. Wie mein Kollege und Experte für die AfD, Frederik Schindler, bei Welt berichtet, hat das Debakel um Maximilian Krah eine Vorgeschichte. Wie die aussieht, warum die AfD ihren Spitzenkandidaten bis jetzt gewähren ließ und was das für die Partei bei den anstehenden Wahlen bedeutet, darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Frederik, den ich unterwegs auf Recherche erreiche. Hallo lieber Frederik. Hallo Imke. Maximilian Krah will sich von Wahlkampfauftritten im EU-Wahlkampf nun fernhalten und hat angekündigt aus dem Bundesvorstand zurückzutreten. Du bist ja nah dran an der Partei. Kannst du uns etwas mehr darüber erzählen, wie es dazu kam und was Krah jetzt zu dem Schritt bewogen hat? Ja, der aktuelle Anlass für Krahs Rückzug sind Äußerungen aus dem französischen Rassam-le-Mont-National, der rechten Partei von Marine Le Pen. Denn die haben erklärt, künftig nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Der HN sitzt bislang gemeinsam mit der AfD in der Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie im Europaparlament zusammen. Doch aufgrund eines Interviews, das Maximilian Krah an der italienischen Zeitung La Repubblica gegeben hat, in dem er die Verbrechen der SS relativiert hat, beziehungsweise gesagt hat, dass nicht jeder SS-Offizier ein Verbrecher gewesen sei, aufgrund dieser Äußerung will das Rassam-le-Mont-National eben jetzt nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten. Tatsächlich war das aber nur der Tropfen, der das fast zu übergelaufen gebracht hat. Dieser Konflikt zwischen dem HN und der AfD, der schwillt tatsächlich schon länger. Aktuell im Fokus stehen, wie bereits gesagt, die EU-Wahlen und die Zusammenarbeit mit anderen rechten Parteien in der Fraktion Identität und Demokratie. Wie bedeutend ist die Ankündigung von Marine Le Pens Partei in der künftigen Fraktion nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen? Ja, das ist tatsächlich sehr bedeutend, denn der AN ist nach der italienischen Lega die größte Delegation innerhalb der Fraktion Identität und Demokratie. Und jetzt hat auch die italienische Lega, das ist die Partei von Matteo Salvini, erklärt, sich da anschließen zu wollen, der Aufkündigung der Zusammenarbeit mit der AfD. Da hieß es, dass Matteo Salvini sich wie immer perfekt einig sei mit Marine Le Pen. Und wenn die AfD also tatsächlich nicht mehr in die AfD-Fraktion aufgenommen werden sollte nach der Europawahl, dann müsste sie sich eben entweder neue Partner suchen, was tatsächlich schwierig werden könnte, oder die Abgeordneten würden dann fraktionslos bleiben, was mit deutlich weniger Rechten einhergeht. Du berichtest ja auch, dass der Bruch zwischen AfD und Rassemblement National nicht von heute auf morgen kam. Kannst du uns etwas in die Vorgeschichte einweihen? Ganz genau, das kam überhaupt nicht von heute auf morgen. Dieser Konflikt, der schwelt schon seit über zwei Jahren. Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im März 2022, da hatte Maximilian K. nicht die AfD-Partnerin Marine Le Pen unterstützt, sondern deren rechtsextremen Konkurrenten Éric Seymour. Und das hat damals schon für große Aufregung gesorgt innerhalb der ID-Fraktion. Maximilian K. war damals sogar für einige Monate suspendiert worden aus der Fraktion. Es wurde mit grob fraktionsschädigendem Verhalten und einem Missachten von Treuepflichten damals begründet. Und diese Krise ging dann aber weiter. Anfang dieses Jahres, wir erinnern uns an das sogenannte Remigrationstreffen, an dem mehrere AfD-Politiker teilgenommen haben, gemeinsam mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner, der ja schon letztes Jahr in mehreren Medien gesagt hatte, dass von seiner sogenannten Remigrationspolitik möglicherweise fünf bis sechs Millionen deutsche Staatsbürger betroffen wären. Nachdem das öffentlich geworden ist, hatte Marine Le Pen bereits damit gedroht, dass die Zusammenarbeit enden könnte. Die AfD-Parteichefin Alice Weidel ist damals nach Paris geflogen, um die Wogen zu glätten, hat sich mit Marine Le Pen und dem ERN-Chef getroffen. Das hat aber wohl nicht gefruchtet, wie man jetzt sieht. Und im April dieses Jahres kam dann auch noch ein Streit über die Insel und ehemalige Kolonie Mayotte hinzu. Da hatte die AfD eine parlamentarische Anfrage gestellt und die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich positionieren zu müssen zu UN-Resolutionen, wonach Frankreich Mayotte an die Union der Kumoren zurückgeben müsse. Die AfD wollte darin einen Widerspruch erkennen, zum Beispiel, ich zitiere, Selbstbestimmungsrecht der Menschen auf der Krim. Und das hat das Rassemblement National ebenfalls sehr geärgert. Marine Le Pen hatte im April die Insel besucht und gesagt, die AfD solle sich lieber um die Probleme Deutschlands kümmern. Und der Vergleich zur illegalen Annexion der Krim durch Russland sei äußerst ungeschickt. Sie werde ihren Kollegen in der Fraktion im Europaparlament, ich zitiere, Le Pen einige Lektionen in Geopolitik erteilen. Wir sehen jetzt ja, dass es dabei eben nicht geblieben ist. Und nochmal der Blick nach Deutschland. Wie könnte es im Bundesvorstand aufstellungstechnisch jetzt weitergehen? Ja, der Bundesvorstand der AfD, der wird sowieso neu gewählt Ende Juni beim kommenden Bundesparteitag der AfD in Essen. Das heißt, dieser Beisitzerposten von Maximilian Kragen wird jetzt auch nicht nochmal nachgewählt werden, sondern die Parteispitze wird ohnehin neu gewählt. Und was ich da bislang höre von den Funktionären der Partei und Strategen und so weiter ist, dass sich Alice Weidel und Tino Chrupalla, die ja eine Doppelspitze bilden, diese Doppelspitze auch weiterhin bilden werden können. Es wird dann einige Veränderungen auf anderen Plätzen geben, aber bei den beiden Bundesvorsitzenden, die werden wohl in ihrer Position bleiben können. Abschließend noch eine Frage. Es ist ja nun nicht der erste AfD-Skandal in den letzten Wochen. Ist eine Art Vertrauensverlust von Wählerinnen und Wählern bereits bemerkbar und wird das deiner Einschätzung nach Einfluss auf die Ostwahlen haben? Ja, du hast recht, da reiht sich ein Skandal an den anderen sozusagen. Und nicht nur ein Skandal, sondern auch eben Nachrichten überschlagen sich da. Es gab kürzlich erst das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das bestätigt hat, dass der Verfassungsschutz die Gesamtpartei AfD als Verdachtsfall einstufen darf im Bereich Rechtsextremismus und dementsprechend auch Nachrichtendienstlich beobachten darf. Dann gab es die Verurteilung des Thüringer Landeschefs Björn Höckel, der ein Kennzeichen beziehungsweise eine Parole der nationalsozialistischen SA verwendet hat. Und es gab eben die Vorwürfe gegen die beiden Spitzenkandidaten, beziehungsweise den Listenplatz 1 und 2 der AfD für die Europawahl, Maximilian K. und Petri Bistron. Gegen Bistron ermittelt ja die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern und der Geldwäsche. Und tatsächlich sieht man, dass die Umfragewerte runtergehen. Die AfD schwächelt in den Umfragen, auch für die Europawahl. Ob sich das bis hin zu den ostdeutschen Landtagswahlen ziehen wird, das kann man jetzt noch schwer abschätzen. Klar ist, dass die AfD dort gerade im Osten über eine konsolidierte Stammwählerschaft verfügt. Und vielen AfD-Wählern, die jetzt auch schon lange die AfD-Wählern, denen ist das tatsächlich relativ egal, was da ganz konkret passiert, wer da gerade an der Macht ist, was für Skandale es gibt. Und die hat ja sozusagen auch der offene Rechtsextremismus, den es da teilweise von Funktionären gibt und der da immer wieder verbreitet wird, nicht abgeschreckt. Den haben auch bestimmte Straftaten von Amts- und Mandatsträgern der AfD nicht abgeschreckt. Die wählen sicher die AfD weiter. Aber natürlich sehen wir jetzt auch in den Umfragen, dass es durchaus auch schaden kann, wenn man da immer wieder sehr, sehr negativ auffällt, auch mit dem Spitzenpersonal. Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Frederik. Ich danke dir. Das war's für heute von mir. Heute Morgen erscheint außerdem eine neue Folge Machtwechsel mit weiteren Hintergründen zu den aktuellen politischen Top-Themen. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Mich interessiert darüber hinaus Ihr Eindruck. Schwächen die Skandale der letzten Wochen Ihrer Meinung nach die AfD? Sagen Sie es uns gerne. Ich freue mich wie immer von Ihnen zu lesen und ich wünsche Ihnen schon mal einen großartigen Donnerstag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute 4.30 Uhr und die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.